Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Good night, ladies of Tuttleman. A very warm welcome to all of you. It is a great pleasure for us to see you here again in this wonderful old theater. We would like to welcome the members of our school board. We are also very delighted to see Mr. Ratzenberg and his team. A few words about how this play came to be. Mr. David Taylor from Vienna's English Theater spent three days with us in Baumgartenberg working on this play. As you all know, Othello is a play about love, intrigue, and murder. Tonight's presentation focuses on the lighthearted side of Othello. We had a great time watching this play, and we hope you will have as much fun watching it. It is known that our school focuses on languages and modern technologies, but tonight we'd like you to switch off all your mobile phones. Ladies and gentlemen, we would like to present to you to our dramatic tale of love, jealousy, and just revenge. Steal yourselves against the evil acts of our villain. Enjoy the escapades of our comic characters, and prepare to shed tears for the misunderstandings of unrequited love. Be parents to beguile you, heroes to warm the cockles of your hearts, and a villain to make you cheer and fool until your throat is sore. Iago, a nasty villain, evil and jealous, who seeks revenge. Rodrigo, a gentle but quite stupid man, who is in love with Desdemona. Cassio, an irritatingly cheerful, kind, and trusting soldier. Messenger One, an excitable news-teller who loves to gossip. Messenger Two, a spoilsport news-teller who is generally bored. Messenger Three, a back-temper news-teller who is regularly miserable. Guard One, an over-warped soldier with a spiteful nature. Guard Two, a stupid over-warped soldier. And Guard Three, a cheerful over-warped soldier. And Guard Four, well, we had someone without a role, so we just put in an extra guard. And Guard One, a rich old woman, and Desdemona's devoted mother. And Guard One, a rich old woman, and Desdemona's devoted mother. The heroine, rich, beautiful, lovely, and loyal. Bianca, a silly young woman, and girlfriend of Cassio. Amilia, friend of Bianca and Tifania, wife of Iago, honest, good, and kind. And Tifania, Bianca's best friend, a silly young woman who fancies Rodrigo. Montana, an important official who likes to be involved with events. Ludovica, another important official with a special talent for stating the obvious. And Graziana, a third important official with a nosey and gossipy nature. The clown, the village idiot, the idiot, the village clown. And last but not least, the Duke of Venice, the ruler of the town, a wise old man who doesn't tolerate abuse. Ladies and gentlemen, please be reassured that none of these characters are based on real people. This is simply the magic of theatre. But now I'd like to present to you our whole dramatic offering and title, Free Murder, A Suicide, and a Near Miss, or Othena. Thank you. Aplausos. 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 Ich bin der Othello-Garrison. Kassio, Iago, meine lieben und vertrauen, ich habe ein paar Good-News und ein paar Bad-News. Was ist die Good-News, Othello? Einer von euch ist zu beobachten, um meine Seconde Dinger zu sein. Und die Bad-News? Einer von euch ist es nicht. Othello, Othello! Othello, Othello! 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 Wer wird es sein? Ich glaube, es ist nicht ich. Dann verlierst du dein Bad-Grad, Kassio. Für es ist es du. Hooray! Egal! 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 Ich habe auch eine besondere Arbeit für dich. Ja. Egal! 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 Sie müssen es sein, Othello, und die Gesellschafts-Flage zu tragen. Egal! 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 Ich gehe jetzt nach Hause und bei Al-Bianko also. Ich gehe auch. Schnell! Egal! 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 Ich bin unbezüglich, unbezüglich und unbezüglicher. Ich werde nicht mein Leben überwinden, mit einem Schlauch zu gehen. Cassio muss gehen, und ich werde meine Revenge geben. Tiago, Tiago, hast du gehört, dass Cassio den Kassio getötet hat? Nein, nein, nein. Oh, hast du gehört, die andere Sachen? Was? Othello und Tastalona haben gerade getrennt. Ich wollte das sagen. Was? Getrennt? Das ist zu viel. Leave, leave! Othello hat jetzt alles. Ein Vertrag, eine schöne Frau, ein Freund. Ich kann das nicht behalten. Warum sollte Heaven auf ihn schreien und auf mich schreien? Ich denke, ich will ein Wunderschöne Plan, um ihre Glückwunsch zu schreien, und um ihre Glückwunsch zu schreien. Meine Zeit wird kommen. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Sie lieben mich. Sie liebt mich nicht. Ich habe nur einen Satz von den ganzen Händen geblieben. Auf dich, Rodrigo. Du bist so viel zu tun. Ich bin in Ordnung. Du bist noch nicht auf dich. Auf dich, Rodrigo. Casio hat sich ein Provolter gemacht. Und es sollte mir sein. Ich bin sehr hart. Aber er hat seine Freunde in höchsten Bereichen. Ich möchte einen Weg finden, Casio. Und du, Rodrigo? Ich will helfen, ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Und du, den ich von Casio zu verleidete? Das ist das, was ich gesagt habe. Ja, ich bin ziemlich dumm. Ich bin sehr dumm, nicht? Ich bin also handsome. Und noble. Und loyal. Und... Stop! Das macht ihn nicht nabend. Es ist schwer, ihn zu schaden. Und dann kann ich, der Magnificent Iago, zurückkommen. Oh, gut, aber... Geh jetzt, Rodrigo. Ich bin in einem Zeitraum von Robertina in einer Stunde. Ich habe ein sehr guter Wissen für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Scene 2, outside from Tina's house. What time is it? Ten minutes later than when you last asked me. And what time was it then? I don't know. Watches haven't been invented yet. My feet are killing me. Couldn't we sit down for a while? No, we're paid to stand guard, and that means standing. Well, I've never had to stand guard standing for this long. I know. Fourteen hours and still no sign of rest. I wish I'd chosen another career. My mother said I could have been anything I wanted to be. Your mother said a lot of things. She...